Mama! Mama ich muss hab nur noch ein Herz! Jetzt hab ich grad das Loch erwischt. Ich kann meinen Hammer noch ein bisschen Komputt kloppen, aber mir ist egal, wir können euch die Welt wieder wechseln, wir ging so ums Koffer. Bin hier grad noch drin. Ich bleib dann und farm hier grad noch mal ein bisschen weiter. Dann komm ich da auch noch mal runter. Ich find immer den anderen Port nicht, deswegen geh ich immer erst zu Reaktor hin. Da ist der Lotte, wo der hinkist, dann kommst du da raus. Ach nein, doch, ich wollt schon sein, das lädt ja gar nicht auf, aber geht ja trotzdem. Boah wie viel Larpel, äh, Larpel, was? Machs alles ins Mäselsystem rein. Ja, ja, schmeiß ich rein. Oh, hallo, Aluminium muss raus. So, tipp 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 tipp. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Jo, ein bisschen, Buckets können wir... Jetzt schmeiß ich das Aluminium auch noch mal ein. Miming-Speed-Earth. So, gehen wir mal noch unten? Nein, das Ding ist ganz kaputt. Ich muss das einmal reparieren. Ja, meinst du, warum ich jetzt Obsidia noch herstellen wollte? Apropos. So, dann wird's eigentlich reichen, um zu reparieren komplett. Kann ich da dran? Ja, ne? Ne, da müsste unbedingt noch Autorepairer. I win. Ich bin sicher auch komplett repariert. I win. Ich muss die Decke durchjagen. Ähm. Mal gucken, wo die Larpel tun wir so. Was haben wir denn noch dafür? Case in case. Ist kein Problem. Eine Servo. Haben wir auch. So. Jetzt brauche ich nur ringsum Wasser. Dafür brauche ich noch Buckets. Bucket. So. Wieder runter. Ich glaube, wir haben ja auch noch einen Minutes. Nur, dann kann da schon mal ein bisschen... Ich sag mal, so ein Stack Obsidian finde ich gar nicht schlecht, wenn wir das herstellen, ne? Ich weiß nicht, wie viel Lava wir nachher noch haben. Oh. Ups. Das war ein bisschen tief eben. Das war wirklich ein bisschen tief. Ich habe da, glaube ich, eben Iron Bish beim Popeye Fein gesehen. Das war wirklich ein bisschen tief. Was gehört? Iron Bish haben da drin. Ja, die brauchen wir auch. Beim Runterfein mit dem Augenblick lehnen. Oh, Mann ey. Ich bring immer so Sachen, dass das geht gar nicht. Boah, ihr Endermänner, fickt euch. Oh, es geht Obsidian. Oh, es geht. Hahahaha. Na klar geht das. So. Jetzt kann man schön... Ich habe jetzt drei Obsidian noch in der Tasche mit. Hm. Töööowinihhmmmmmm... GREEN Tische. M唉. Den Keller! Da und wo der Tank ist. Das ist er. Oh ja. ja, ja unglaublich wenn nicht ja, so speichen wir auch Arbeit deswegen sind die Kürbiste fertig ich mach, bau die mal ab schon wieder fertig? sagen wir ja wenn du sagst schon wieder das ist, weil wir Shunk laden die ganze Zeit deswegen geht das eigentlich relativ schnell ich hab meine Waffen heute hier ausgelöstet die Kakaobohren sind auch fertig ne? Ja, ist egal, ich habe mal ein paar, welche vorproduziert gehabt. So, stipp, 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 stipp. Okay, neue gepflanzt. Boah, ich hasse diese Enderung, dass jetzt mittlerweile, wenn du einen Zombie schlägst, das 10 Milliarden aus irgendwelchen Ecken gekrochen kommen. Ja. Ja, Weizen brauchen wir ja nur, ne? Ja. Können wir uns genug Guckels machen, dass wir echt die Quest noch so fertig kriegen? Ja, dafür muss ich nochmal Weizen irgendwo hier haben. Ja. Dies müssten wir doch haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weil es ein Sieg zusammen ist. Dann könnte ich mal das eine... Dann könnte ich mal diesen Sieg, ach, die Farming Station von Enderung mal ausprobieren. Hm. Kommt ich jetzt mal wieder rein? Ähm. Sieg, klar. 75 Sieg, sagen wir. Ich mach mal ein paar Kekse. Die haben wir ja auch. Oh. Fast drei Stacks Kekse. Oh, da kannst du schon was anderes zusammen verbinden. Peter Schwede, ja, aber das würde ich ja gerade machen. Wir haben nur Autocrafter, wir können damit automatisch Guckels machen. Ja, erst mal die von der einen zu anderen machen. Aber der braucht aber Strom da erst mal. Ja, mein Gott, den Strom kriegst du so schnell. Wenn der, wenn der, wenn der, die F... Ich meine, wenn der, wenn der Auerwitch. Ähm. Und schon, und schon hat er Strom. Ich mein, wenn der... Diese Farming Station sagt, okay, er kann auch Holz abwarten. Dann packt man einfach Holz drin rein und soll einfach einen normalen Generator nutzen. Ah, okay, der macht schon mal normale Cookies. Also die nächste Generation davon. Was geht ab? Ähm. Ja, Capicator, ne? Die haben ja jetzt sogar noch so einen guten. Nein, normalerweise könnten wir uns für jedes Ding, jede Cookie-Herstellung von... Nein, da reicht, wenn du das ein einfacheres machst. Wir sollen das mal zig Milliarden von den normalen machen. Wenn schon übertreiben, dann schon richtig. Ja, aber normale reicht auch, das stimmt schon. Hast du auch, dann soll ich mal recht. Jetzt kostet so viel Material. In jeden Fall ist super. So. Ich kann mich ja gleich dran setzen, das automatisieren. Hm. Aber zumindest vorbereiten. Die Hände, die Lillies, wachsen auch. Schön. Der Kürbis, sind auch schon wieder fertig. Sag ja, wir müssen eigentlich nur Schatzkaben. Okay, hier ist das Kabel. Ich bin durch hier einmal. Und wieder rückwärts. Wow, Witch befreit. Witch, 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 du blöder Bitch. Oh, was sagt man? Aua. Äh, die gibt 30 Sekunden Vergiftung, die alte Bitch. Naja. Ist das nervig. Schon schlimm. Das ist schon schlimm. Ich muss mich erst mal einbauen, ey. Ähm, Pumpkins. 44 Stück. So viele fehlen ja nicht mehr. Ne, 20 Stück noch. Und dann gibt's, glaube ich, Kühe und Schweine, ne? Als Ding. Komm rein. Da kann man nämlich Kuhfleisch brauchen, und da haben wir besseres Essen als die Kartoffeln. Ja. Das kann ich was. Die Schweine haben, glaube ich, Möhrchen gegessen, ne? Möhrchen. Ich warte jetzt erst, ey. Möhrchen, 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 Möhrchen. Hallo? Ja. Das war ein bisschen tief. Schon wieder? Das war ein Creeper, der explodiert ist eben. Ah! Skelett. Wie geil man jetzt einfach wieder mit dem Hammer farmen kann, ne? Oh Mann! Ist das geil. Ja. Ist doch geil. Ach so, die Viecher nerven. Komm her, kleiner Zombie. Oh, ich renne auch immer in falsche Richtung. Warum muss man hier so spawnen? Hallo, kleiner Zombie. Oh, einer wieder mit Wizzle. Ich hasse. Dieses Modpack ist scheiße mit den Skeletten. Mit ihren 10 Milliarden Kackpfeilen. Oh, ätzend. Ja, jetzt geh ich erstmal. Jetzt ist das große Teil los hier. Oh, jetzt hab ich die Scherzende-Männer schon wieder angeguckt. Sterbt. Sterbt. Äh... Das ist das Gute, wenn man ein Feuerschwert hat. Ja, warte, wie macht man das denn? Wie funktioniert denn die Farming Station? Braucht die denn? Die braucht auf jeden Fall Saft, okay. Ich geh erstmal alle nach außen. Ich geh mal damit in den Keller. Mach grad Enderman in der Killen. Tut ihm doch nicht weh. Das Geile ist, ich greife mich nur nicht an. Okay, das ist wohl der Minut. Jetzt wollen wir eine Ho und eine Ex. Okay. Vielleicht auch nur eine Ho. Ja, ich hab schon über 16 Enderman. Iron. Stick. Oh. Time to the farm. Ja. Kein Ernst. Ja, keine Ahnung. War noch wie gesettet war, als wir tot waren. Ich glaub, wenn du irgendwo Holz wieder abschlägst von eben normal, kriegst du auch Getting Wood oder so. Bestimmt. Warum höre ich die ganze Zeit Feuerwerke? Weiß ich nicht. Wir haben alles geschafft. Wir killen gerade nur Enderman. Lava Generator. Heated Redstone. Oh, Heated Redstone. Können wir mal einen benutzen. Ein Genetic Bean Hive. Er passt direkt Stacks entfernen. Pink. Nimm da noch einen mit. Geil. Coal. Stickmet. Redstone, nehmen wir uns Stickmet. Und zwei Köppes. Zwei Köppes. Und den Autocrafter kann ich jetzt, äh, kann ich ja mitnehmen. Strom gespeichert. Die Köpfe sind insgesamt zwei verschiedene, die Sorten kamen da raus. Okay. Energy. Ich hab die Enterprise mal reingeschrieben. Äh, Energy Pipes. Ich nehm mal noch ein paar Chests mit. Äh, Seeds. Und... Ja, was ist so ein... Hier diese Infusion Seeds, wenn man die doch auf dem Boden anpflanzt, kommt da was raus? Oder wie benutzt man die eigentlich? Weißt du auch nicht, ne? Nö, ich glaub, die kannst du noch nicht anpflanzen. Ich glaub, das ist einfach nur so ne Quest. Wolltest du, dass du so ein Cookie Seed denn machst? Ja, ja, dass man so ein Seed macht. Aber du hast ja auch... Guck mal, du hast ja diesen... Den Seed... Das ist Infuse. Was ist... Was macht der denn der Gem Cutter? Centos, was macht der denn hier? Was macht der denn da raus? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Ich hab da mir nur reingeschrieben. Dacht's so, du weißt das. Äh, das müsste ich ja googeln. Wenn jetzt in der Aufnahme das zu machen, das ist mal so ein bisschen so hoch. Bucket. Oder? Wenn du sagst, du musstest machen, dann machst du. Keine Ahnung. Hab ja auch grad gar keine Lust. Äh... Haben wir noch einen Energy Sale? Ja, wir haben einen aufgeladen. Ne, kommen wir in die unaufgeladen. Schauen wir in die Bücher uns hin, wenn ich allein gestorben bin, weil ich zu weit geflogen bin. Achso, Dirt fehlt mir noch. Dirt. Nimm auch noch ein Stick erstmal mit. Erstmal testweise unten gucken. Aluminium, aber was ist das? Ja, okay, Aluminium. Wir brauchen Iron, Gold und... Du bist aber auch noch. Na ja, können wir aber auch gebrauchen. Ja, brauchen wir Aluminium, brauchen wir sowieso noch. Beziehungsweise kann man Aluminium halt herstellen. Bisschen mehr. Brauch ich nicht. Nein. Man hat einfach nur die Kiste rausgemacht. Aha. Was? Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Kann man in der Pouch machen? Kann man in der Pouch machen? Keine Ahnung, guck, wenn du in der Pouch machen kannst. Da gehört ja unten. Punch. Kein Punch. Kein Punch. Gucken. Gucken, ob es noch Backpacks gibt. Aber ich glaub Backpack gibt es bestimmt. Boah, ihr Zombies fickt euch. Ich stell die Monster gleich aus. Mie 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 mie. Wieso? Also Cento, so möchte ich die Monster aus haben. Weil die mir so Aua, Aua machen. Nö, die Nerven halt nur, wenn ich noch ein paar bin. Ohhhh. Mie mie mie. Keinste, du Arsch. Mie 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 mie. ich hole ja auch nicht rum der helst drauf gekommen jetzt auch sparen können mit dem war die vornehmlichsten schnell ich bräuchte nur ein upgrade drauf mehr das wäre schön das wäre mir um einiges lieber hast du den hammer genommen oder was mit was farmst du jetzt gerade mit dem hammer aber dann könnte ich nämlich ja dann hättest du die beiden Seiten auf Papier gemacht dann hättest du noch einen drauf bekommen der reißt auch die ganzen Bau mit ab der irre ich weiß nicht wie viel der macht aber der macht einiges gerade hier macht der vierer felder hübs ich glaube der hammer ist der kaputt schein macht der vier mal vier behaupte ich mal dass der hammer kaputt ist auch wie viele haben wir eigentlich über mit dem hier illa